so leute da sind wir beim nächsten blackie talk vielen vielen dank an dieser stelle dafür dass der letzte blackie talk so unendlich durch die decke gegangen ist heilige scheiße damit damit habe ich nicht gerechnet oh mein gott das war das war krass vielen vielen dank an alle leute die zugut haben jetzt häng ich natürlich da und muss das toppen das ist schwierig ihr seht schon ich bin in meiner wohnung es ist 23 30 denn nachts kommen mir die besten ideen auch für blackie talks und ja dementsprechend achtet nicht ganz auf den hintergrund der ist ein bisschen müllig und ja ich wollte euch heute mitnehmen durch ein thema das ich schon öfter mal angekündigt habe für das ich wahrscheinlich auch eine menge dislikes bekomme und bevor bevor ihr das dann gleich macht denkt kurz drüber schaut in euch rein hört in euch rein und fragt ob ich wirklich so falsch liege denn wie immer das ist meine meinung die ich euch der breiten masse zur verfügung stelle so denke ich über magic das ist mein leben das ist meine einstellung dazu das ist meine art und weise mit magic umzugehen ihr könnt andere haben wir können andere lebenssituation haben ihr könnt ein komplett anderes leben haben ich hoffe ihr habt ein komplett anderes leben wie ich und dementsprechend könnt ihr da vielleicht auch andere sachen sehen die ich irgendwie anders sehe und zwar geht es um finance beziehungsweise darum wie teuer magic the gathering sein darf ich habe mal vor ewigkeiten auch einer meiner besten blackie talk so ein top 10 fallen in die leute reinfallen gemacht gerade sowas wie die commander falle so ich brauche die karte nur einmal dann kauf ich sie mit zweites mal und dann kauf ich sie mit drittes mal solche sachen waren so ein bisschen dabei und da kam auch so ein bisschen diese idee auf das ganze mal durchzureden es gibt so ein paar standard sachen über die ich immer wieder rede wie zum beispiel das legacy gar nicht so teuer ist wie alle leute mal tun wenn man auf empty goldfisch schaut kostet jedes deck 4000 euro und das ist teuer keine frage und ich sage das ist immer noch nicht das teuerste format weil das teuerste format ist standard wo ich 200 300 400 euro pro deck bezahle pro halbes jahr das ist eine miete pro jahr pro halbes jahr das ist insane und dann will ich das noch auf magic arena spielen muss noch 1000 euro mehr ausgeben egal magic the gathering kostet geld und das ist gut so jetzt habe ich die ganzen download die ganzen download schon da magic the gathering ist ein hobby von einer firma die uns uns kleinen magic spieler und spielerinnen ein spiel bringt und sagt hey wir produzieren das bitte kauft das bitte habt spaß mit unserem produkt das macht ein joghurthersteller auch und bei einem joghurthersteller wird auch nicht sagen boah der kostet geld der kostet geld finde ich scheiße kaufe ich nicht das ist halt die sichtweise darauf natürlich können wir jetzt jede karte nehmen können sie ausdrucken sleeven proxen und damit spielen ich empfehle das immer wieder gerade wenn leute wirklich kein geld haben lasst die leute proxen denn jetzt kurzer geschichtskurs ich war in meiner studienzeit bitter und ich rede jetzt nicht von höhö der maßstudent der hatte keine kohle ich rede von 20 euro im monat das ist kein geld das ist nichts meine freunde sind in kinos gegangen meine freunde haben sich abends getroffen gesagt boah wir gehen mal grillen jeder bringt sein fleisch mit wisst ihr wer kein fleisch mitgebracht und kein brötchen der einfach nur am rand gesessen hat in der hoffnung ein bisschen kranwasser zu trinken um dabei zu sein und dementsprechend verfolge ich die philosophie jeder der mit mir spielen möchte der mit mir zeit verbringen möchte der mit mir ein spiel spielen möchte sei es legacy pioneer modern commander ist mir total egal der soll das auch tun und dann kann die person von mir aus alles proxen das ist mir total egal ich muss nicht sagen jetzt verdiene ich geld und wenn du nicht original karten hast dann spiele ich nicht gegen dich das muss wizard of the coast machen das müssen die die local game stores machen damit leute bei ihnen was kaufen weil stellt euch mal vor ihr seid ein local game store verkauft echte magic karten und jeder in eurem laden sagt warum soll ich den kaufen die kann ich auch drucken im druckladen nebenan dem gebe ich dann mein geld und dann spiele ich hier cool das ist halt so eine so eine sache wo ich sage kein problem stores müssen damit geld verdienen easy peasy wenn ich hier zu hause mit meinen freunden spiele dann ist mir das doch egal dann finde ich sogar besser wenn leute ankommen sagen hey ihr ist mein neues deck das möchte ich demnächst mal spielen ich habe es vorher mal geproxt um das geld nicht auszugeben finde ich super macht das finde ich geil auf der anderen seite verteufel ich auch niemanden ich sage niemanden der sein deck high pinkt und irgendwie ich werde es gleich noch ein paar öfter zeigen irgendwelche talias irgendwelche nummerierten talias da hat und damit auch spielt und sagt habe ich voll bock drauf das ist nichts wo ich sage boah was für ein arsch boah ist das ein asozialer der kauft magic karten was ein angeber mir ist das egal aber da kommen wir genau an diesen punkt wie viel darf magic kosten wie viel sollte magic kosten denn ich bin ein verfechter davon dass magic geld kosten muss wenn alle magic karten zwei euro kosten und die leute sagen boah ne also game pieces dürfen nicht über zwei euro kosten woher bekommt ihr eure game pieces aus booster aus solchen schönen booster die kosten dann was fünf euro das kostet mehr als fünf euro sekunde aus diesen wunderschönen schlechten booster die kosten fünf euro wenn ihr wisst dass die teuerste karte daraus drei euro wert ist dann kauft ihr das nicht dass wir ja dämlich und genau dieses problem haben local game stores und dann sagen alle ja dann kauf ich ja keine booster ich kauf die karten ja einzeln online von wem denn von wem kauft ihr das denn richtig von armen händlern die das aufmachen müssen oder irgendein voll depp der das ding gekauft hat gemerkt hat ist nur zwei euro drin die will ich wieder haben die verkaufe ich jetzt wenn alle karten so günstig sind für zwei drei vier euro dann werden wird die ökonomie von wizard of the coast beziehungsweise von magic so hart kaputt gehen dass es keinen sinn mehr macht magic zu kaufen oder zu spielen wodurch die preise immens hoch gehen würden der markt regelt sich selber gutes produkt gutes beispiel das set kam raus das set murders of card of manor war nutzlos war billig es war sport billig keiner wollte das haben niemand warum es ist ja kein value da drin die karten sind nicht gut dann waren ein paar karten davon gut und zack sind die durch die decke über 10 15 euro warum weil stores darauf sitzen unser local game store in siegen hat noch keine ahnung zehn displays davon wo er normalerweise um diese jahreszeit nach dem set release vielleicht noch zwei displays hat weil niemand die dinge haben wollte jetzt aktuell gehen die natürlich ganz steil runter weil jetzt die leute sagen jetzt ist da ja value drin das ist eine gute karte drin das muss ich kaufen ich sag dazu nicht mehr ist gelogen wir haben den blackie talk ich sag da noch ganz viel zu magic the gathering ist ein teures hobby gerade wenn man sich überlegt man nimmt jetzt zum beispiel yugioh als beispiel ich finde das immer so süß wenn yugioh spieler zu mir sagen so boah das deck ist das tier 1 deck gerade das ist teuer das kostet richtig geld das kostet 200 euro und ich denke mir so was eure top tier deck kostet 200 euro yugioh hat eine andere zielgruppe hat auch ein ganz anderes finance system deswegen kann man yugioh ganz 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 schlecht mit magic the gathering vergleichen aber man kann trotzdem sagen es ist beides so pappen kostet beides geld machen wir mal genauso gibt es andere sachen wie zum beispiel lorkana lorkana hat für mich den brain move gemacht eigentlich haben sie ihn abgeguckt bei flashblatt sie haben den brain move gemacht und haben gesagt hey wir bringen enchanted diese full arts die alle vier displays einmal drin sind und dann gibt es davon zehn stück und die gibt es halt so und so oft das sind alles gute playable karten weil wir wissen ja was wir da verkaufen anders als wizard of the coast und das wird geil die haben das durchgespielt die haben das geschafft wo wizard of the coast sagt das war unser tiefpunkt amonkett das hat uns so kaputt gemacht das hat die local game stores kaputt gemacht nein die sets waren mies das waren die einzigen karten die was draus wert waren niemand wollte das haben und die stores haben dann dann massen opening davon gemacht um diese teile zu bekommen die irgendwie 200 euro kommen um irgendwie ihr geld wieder raus zu bekommen und das vergleichen sie auch und das ist halt so daneben weil es ist eine ganz andere ökonomie ganz andere art und weise mit geld umzugehen so hat jeder sein eigenes budget so hat jeder seinen eigenen kosten nutzen und faktor aus magic the gathering ich kenne leute die sagen boah ich kauf nur alten kram die teile ist teilweise auch teuer leute die sagen boah premodern oder leute sagen ich spiel nur pioneer leute sagen boah nee commander ich spiel nur commander ich habe zwar 400 commander decks im schrank jeweils 100 euro kosten das sind halt auch 40.000 euro aber ich gebe ja kein geld für magic aus kenne ich alles von vorne bis hinten und da muss ich halt sagen das finde ich so schade weil in magic the gathering wird über geld reden so hart bestraft von der community von wizard selbst von von so vielen sachen magic the gathering darf geld kosten es muss geld kosten wir brauchen sammel objekte wir brauchen sowas ja tschuldigung sowas brauchen wir weil wenn wir nicht irgendwie was haben was wir sammeln können was wir irgendwie so uns an die wand hängen können und sagen können look at my dalias they are awesome dann 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 ist das kein sammelspiel mehr und wenn wir jetzt sagen alle game pieces kosten irgendwie drei euro und jeder soll sich so verwirklichen wie er möchte ja gut und schön es wird die ekonomie töten das ist genau dasselbe ich immer wieder sagt reserveless ich kenne so viele leute sagen oh nein blacki der prof hat doch bewiesen mit dem komischen beta bird dass die die reserveless dass das nicht 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 haltbar ist das video für die die es nicht kennen guckt euch bitte an es ist gutes video aber es hat einen großen denkfehler es geht mir nicht um die alpha und beta karten die sind selten weil sie selten sind es geht mir um revised duels zum beispiel weiss duels sind keine seltenheit am anfang das ist das sind duels kass nee sie sind keine seltenheit weiss duels liegen onmas rum weiss wurde zu tode geprintet wir haben keine ahnung tausende listings tausend mal die karte wir haben die teilweise duels mehr als aktuelle mythic rares gelistet ja und da dann hinzugehen und sagen hey hör zu wir vergleichen jetzt beta und das hält den preis ist schwarz sein weil die sind nicht nur weiß die sind auch noch hässlich mit ihrem weißen rand niemand will kein legacy spieler kein commander spieler kein vintage spieler wird zu euch kommen und sagen boah also keiner ist gelogen es wird jetzt einer in den kommentaren schreiben black ich liebe white border niemand will white border haben die sind grotten hässlich die viecher also der einzige vorteil ist man hat sich daran gewöhnt weiß randige karten zu fetchen das ist das einzige vorteil den die dinge haben wenn die jetzt neu aufgelegt würden und die reserve list weggeworfen wird die reserve list by the way die karten die nie wieder gedruckt werden wird weggeworfen und dann auf einmal wird volcanic island reprinted als mythic ra in dem standard set die wollte jeder haben jeder würde seine alte reserve list karte verkaufen wenn sie nicht alpha oder beta ist oder deutsch black border deutsch black border ja ist auch noch limitiert genug aber halt weißt wer nichts wert und das ist die breite spielerschaft die meisten gehen nicht hin und sagen boah ich habe 40 usis in bitter auch die meisten stores sagen das nicht weil immer das argument kommt ja stores die bauen ja ihr vier moment auf duels auf nee tun sie nicht tun sie zum glück nicht mehr und selbst damals als es getan haben waren es nur white border tools und keine black border tools weil davon gibt es gar nicht so viele deswegen hinkt dieser vergleich mit dem bird so unendlich wenn wir jetzt mal von preisen reden ich nehme jetzt mal nur deutsche preise nur also exzellent aufwärts haben wir ein beta bird für 3500 euro auf card market wisst ihr was ein revised bird kostet 15 euro wisst ihr was denn full art theoretisch müssten wir jetzt weil damals gab es kein foil deswegen gehen wir jetzt mal an voll ein full art foil bird aus dem inaria remastert dem dem extra set kostet acht euro man muss doch kein genie sein um herauszufinden dass hier einfach falsche zahlen benutzt wurden oder und ich bin jetzt weiß gott kein mathematiker ich bin kein finance guy ich bin normaler mensch der da hängt und sagt ich nutze mein gehirn das soll jetzt wie gesagt das video vom prof niemals angreifen das video ist ein großartiges video der prof macht wirklich teilweise sehr sehr geilen content und ist ein sehr sehr lieber mensch deswegen da bitte kein hate und so weiter sehen aber manchmal muss man halt auch sagen da muss auch richtig gestellt werden und leute haben eine ganz weirde situation mit geld und magic weil alle sagen boah es muss günstig sein ein hobby darf geld kosten ich habe viele andere hobbys in meinem leben schon gehabt ich kenne leute die haben 4000 5000 euro in ihren league of legends accounts hängen die bekommen die nie wieder die haben aber auch ihre 50 60 stunden pro tag spaß daran und genauso ist bei magic the gathering auch überlegt mal wie viel zeit ihr in magic the gathering verbringt das darf geld kosten und für manche leute muss das geld kosten und die müssen ja irgendwie bedient werden das sind die wenigsten die können diese collector booster auf keine ahnung 80 euro erhöhen und noch mehr von diesen special seltenen karten da rein tun oder weniger was auch immer die die komischen komischen sammler haben wollen was immer die haben wollen ist mir egal mir geht es darum dass ich ein healthy spiel habe und das rundherum es muss ein rundum gesundes spiel sein und da muss man jetzt dabei sagen kommen jetzt ganz viele leute sagen boah ich freue mich so über reprints und das ist auch im großen maße richtig die leute sagen boah ich freue mich auf reprints ich finde das geil dass jetzt meine schockländer für zehn euro kaufen kann das ist das die eine fraktion die sagt boah zehn euro sieben euro schockländer fünf euro schockländer endlich fünf euro schockländer das gebe ich dafür aus auf der anderen seite haben wir eben die leute die vorher schon sagten 40 euro schockländer ich gebe das geld mal dafür aus und das heißt nicht dass das stinkreiche leute sind die die ganze zeit sagen ja nehmen mein geld nein es gibt auch da leute die ich kenne von früher die modernen gespielt haben die sich das von dem mund abgespart haben so und du kann du ja nennen schockländer zu kaufen und das war denen dann was wert dieses schockländer dass das das hat ihr deck verbessert und damit konnten sie dann spielen also denkt jetzt nicht nur weil ich jetzt die ganze zeit davon sagt dass leute irgendwie viel geld dafür ausgeben dass sie das einfach haben die leute sind nur bereit da rein zu investieren und dann gibt es so leute die dann wirklich sagen hey ich hab da wirklich bin wirklich hingegangen ich habe jetzt monat keine ahnung kein bier getrunken und 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 ich war nicht im kino und ich habe wirklich mir alles abgerungen für ein playset tamo golfs weil die kosten des playset zusammen 400 euro jetzt schreiben alle rein blackie die kosten nicht 400 euro die kosten fünf euro und dann sage ich richtig aber die leute die sich die karten gekauft haben für die 400 euro es nennt sich preis memory die erinnern sich daran dass die 400 euro für karte ausgeben haben und wie schmerzhaft es ist 400 euro auszugeben das weiß jeder der playset ragavan kauft das oder ich wollte gerade sagen playset geordred aber die ist teurer das tut weh und wenn die jetzt im secret layer kommt für 30 euro und die karten nichts mehr wert sind das ist nicht geil das fühlt sich schlecht an für viele consumer das heißt jetzt nicht dass man sich irgendwie auf eine auf einen thron erheben sollte und sagen sollte hey ich habe dafür 200 euro bezahlt es darf nie wieder geprintet werden damit ich als drache auf meinem geld setzen nein gar keine frage ich bin dafür dass jeder das spielen kann was er will aber damit es besonders bleibt müssen wir den neuen kram eben nicht noch besonderer machen ja es gab damals teilweise kein foil es gab damals teilweise kein full art aber damit die karten die alten den wert auch ein stück weit behalten müssen sie halt was besonderes sein im vergleich zum reprint wenn man dann noch was on top haben will dann kann man hier so eine lustige nummer darauf kleben ja dann kann man sagen hey ich habe die nummer 416 hätte gern die 429 wenn ihr die habt by the way sagt bescheid talia guardian 429 hier euer geil 429 und das ist halt so ein punkt wo ich sage das ist die spielersicht spieler die halt sagen hey das muss günstig sein das muss darf nichts kosten es muss super billig sein keine karte soll über zwei euro kosten das ist eine sichtweise die das spiel langsam oder sicher kaputt macht und das kriegen wir aktuell mit was glaubt ihr warum wir so eine produkt range bekommen so unendlich viele produkte weil wenn man nicht mehr in der klasse verkauft und sagt hey wir verkaufen einfach unsere booster mit geilen karten sondern wir verkaufen unsere booster mit mittelmäßigen karten die leute mittelmäßig haben wollen dann müssen wir halt in die breite gehen dann müssen wir halt mehr produkt verkaufen und das immer schneller und das wird leider aktuell zu einem absoluten teufelskreis weil die produkte halt schlechter werden bzw die die leute von ihrem mindset immer weniger geld dafür ausgeben wollen oder auch können also ich rede hier noch nicht mal von den leuten die sagen ich gebe dafür kein geld aus ich rede von den leuten die sagen ich kann mir das nicht leisten ich verdiene aktuell noch ich werde ein paar monaten gekündigt aktuell noch ziemlich okay ich verdiene wirklich okay ich habe eine billige wohnung ich habe ein bisschen was hier an an equipment damit ich für euch videos produzieren kann und podcasts und so weiter sofort dementsprechend cool daumen noch um und so weiter und ich habe meine patrons vielen dank an dieser stelle an meinen patrons ihr seid ihr seid ihr seid wirklich wirklich coole jungs und mädels ihr unterstützt mich super hart und der eine youtube auch noch und ja vielen vielen dank an euch nur wegen euch kann ich euch kann ich viele viele dinge mir überhaupt leisten oder halt auch viele dinge für euch dann produzieren will zum beispiel dass ich gerade jetzt wo das video online kommt auf dem weg bin nach lage zum card market grading da kommen demnächst ganz ganz viele coole videos kann ich mir eigentlich nur leisten weil ich meine patrons habe deswegen vielen vielen dank an meine patrons wenn ihr auch überlegt mich finanziell zu unterstützen schaut mal dafür rein es gibt verschiedene tiers vielleicht ist irgendein tier davon was für euch und ja vielleicht vielleicht wollt ihr dann lieber statt einen booster zu kaufen weil ihr sagt boah das ist mir dann auch zu teuer vielleicht mich unterstützen und wenn ihr das nicht könnt oder nicht wollt könnt trotzdem daumen nach oben da lassen gehen die ganzen hater die den daumen nach unten da lassen und wenn euch das gefällt was ich hier mache könnt ihr auch gerne abonnieren ich mache fünf bis sieben videos die woche über legacy openings talks blackie erklärt blackie zeigt wie logs alles mögliche dementsprechend wenn euch ihr alles rund um magic interessiert wenn ich vielleicht euer kanal nichtsdestotrotz haben wir dann noch die sicht der sammler wenn ich mir jetzt überlege als sammler ich wüsste ja nicht mal was ich sammeln soll ich weiß nicht was high end ist ich weiß dass es high end ist wenn eine zahl draufsteht aber sonst ich weiß nicht ob edged foil full art foil extended border foil extended border edged foil search foil gold foil ich habe keine ahnung was davon das high ist ich bin kein sammler also ich sammle talias und und lustige sachen wie zum beispiel die in universe beyond secret layers also nicht die die secret layers sondern die karten die in den secret layer sind die in universe sind die sammle ich zum beispiel so was finde ich lustig so was finde ich cool aber wie sammelt man magic wenn nichts wert ist was bringt es dir eine briefmarkensammlung zu haben von haufenweise ein cent marken die nicht mal mehr das geld wert sind auf dem sie drauf sind das bringt niemandem was niemand wird in ordner durchgucken und sagen da ist ein pick your poison krass das ist eine 50 cent card was und wir sind natürlich auch so leute wir sind menschen wir wollen auch ein bisschen angeben jeder hat so einen kleinen stapel an karten oder so ein kleines deck oder so einen kleinen ordner oder sonst was wo er es leuten in die hand drückt und hofft dass die leute so macht das ist in meinem fall mein obskurer sammel ordner wo auch zum beispiel alle ante karten drin sind einfach weil leute dann so oh ante die habe ich lange nicht mehr gesehen auf der nächsten seite dann so oh das sind alle universe within karten und so das ist halt mein guilty pleasure da freue ich mich dran wenn leute sagen oh das sammelst du das ist cool und das ist auch das was sammler wollen sie wollen natürlich selber auch dadurch gucken und sagen ich habe hier kohlenstab und wir wollen sie natürlich auch das andere leute es appreciaten dafür pimpen auch spieler ihr deck wenn ihr euch jemals gefragt hat warum leute hunderte euro ausgeben um irgendwelche voll nummerierten fetschländer in ihrem oder schockländer in ihren decks zu spielen damit die gegner so und natürlich für sich selber so kurzer exkurs dazu was man sammelt habe ich keine ahnung von ich bin kein sammler ich bin ein spieler ich bin eine person die sagt ich möchte meine magic karten spielen ich verleihe decks ohne ende wie jedes mal wenn wir nach bottrop fahren habe ich mittlerweile drei oder vier decks von mir in dem raum das juckt mich nicht was die kosten nicht weil ich es mir leisten kann und ich habe so viel kohle nein weil ich anders den value von magic karten sehe für mich sind das keine 400 euro magic karten für mich sind das sammeln objekte die sage hey die erspare ich mir es ist es ist wirklich wirklich spannend wie gerade ich der halt wirklich mit sehr sehr wenig geld also 20 euro monat versucht das mal davon essen und trinken zu kaufen während ihr schande über mein haupt damals noch geraucht habe gott sei dank habe ich das aufgehört das ist fast unmöglich dass ich nicht betteln war war auch alles das ist genau dieser punkt wo ich sage ich weiß wie es ist mit wenig geld umzugehen ich weiß wie es ist ausgeschlossen zu sein wenn man kein geld hat oder das nicht dafür machen muss ich weiß wie es ist wenn man wenn man das geld lieber für familie freundin und sonst was ausgibt statt für das hobby was man so spielt was man aber auch wirklich liebt und nebenbei macht und wirklich gerne macht deswegen ich bin der mensch der die proxy freundlichkeit von magic nach oben treibt wenn es um irgendwelche kleinen turniere geht die man außerhalb von dem local game store treibt oder irgendein commander spielt oder sonst was deswegen also glaubt jetzt nicht nur weil ich dieses video mache und sage magic muss geld kosten dass magic irgendwie für mich so ein investment ding ist das ist es nicht ich bin der erste der schreit und sagt duels ich hätte gerne von jedem duel vier stück und das bitte an jeden der diese e mail adresse bling 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 anklickt der kriegt direkt vier duels zugeschickt von wir sind auf der coast von jedem duel also 40 duels gratis wer ich für auf der anderen seite weiß ich halt dass es ganz viele leute die sich dann wirklich das teilweise wirklich vom mund abgespart haben in ruin treiben wird und wenn nicht in den finanziellen weil das geld haben sie ja schon abgespart und pappkarten als investment zu machen ist wirklich ein spannendes thema das beschäftigen sich andere channels mit das möchte ich nicht in den psychischen ruin in den ruin magic spaß zu haben ich sage jetzt nicht dass man mit magic geld spaß hat also wer es falsch verstehen will diesen blackie talk bitte versteht ihn falsch ist es mir egal die hängen da und sagen hey ich habe da so lange für gespart und jetzt gibt es das wie kamelle und das ist ein problem weil die leute hast du verloren die kommen nie wieder genauso wie es leute gibt die sagen hey ich habe mir jetzt endlich dieses deck zusammengestellt und dann kommt das modern horizons 3 und sagt alles nutzlos und dann sage ich auch ja schwierig was machst du denn mit leuten die dann kurz vorher dann endlich geschafft haben das deck zu bauen die sind halt einfach am arsch und die tun mir persönlich unendlich leid und das sind die personen die darunter leiden und das vergessen ganz viele ich möchte hier keine lanze für bei einer von beiden seiten brechen auch wenn ich immer wieder sagt magic muss geld kosten für die händler für das environment für 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 es gibt auch die leute die sagen ich kann mir das nicht leisten ich freue mich über reprints ich möchte mir das nicht leisten können und ich möchte nicht 20 euro für eine magica das geben gar kein problem aber wenn ich nicht 50 60.000 euro für ein auto ausgebe kann ich auch nicht straßenrennen mitfahren und in magic kannst du es doch indem du es dann proxen und wenn die leute dann sagen ich will kein geld für magic ausgeben aber ich will das auch nicht proxen was warum warum muss die welt sich jetzt um dich drehen du bist nichts besonderes ich bin nichts besonderes niemand ist hier irgendwie besonders außer dass sie alle besonders toll seid aber menschen vergessen ganz oft dass die welt sich nicht um sich selber dreht auch auch ich als als influenza vergesse das manchmal auch wenn ich es wirklich mir immer wieder auf die fahne schreibe und sagt die welt dreht sich nicht mit mir nicht wegen mir nicht um mich die magic welt dreht sich um wizard of the coast und wizard of the coast ist eine company die geld machen muss und möchte deswegen wird es halt immer so sein dass irgendwas finden was teuer ist sie werden irgendwann irgendwie versuchen das geld aus allen raus zu pressen und mehr secret layer und mehr commander decks und den letzten tropfen noch aus den leuten rauszuholen weil das ist nun mal kapitalismus bin da jetzt nicht grundsätzlich dagegen aber ich verspähe den und meckere mich weil ich kenne den wir leben halt in diesem system was wollen wir machen guck die anderen staaten an den jetzt noch schlechter also die ein anderes system haben und deswegen sage ich immer wieder magic the gathering darf geld kosten magic the gathering muss geld kosten und deswegen bin ich immer so hinterher wenn ich irgendwelche leute höre die auf den straßen stehen oder auch in den youtube kommentaren ich werde hundertprozentig in den youtube kommentaren fünf sechs hundert leute sein die drunter schreiben magic muss ein cent kosten das stück schreibt es gerne in die kommentare ich werde darauf nicht antworten weil sorry das ist halt einfach ökonomisch gesehen falsch du freust dich vielleicht darüber aber dann hast du nicht mehr lange freude an diesem spiel war dann ist das spiel irgendwann vor den hunden wie gesagt das was die leute nicht verstehen ist wenn ich ihnen das booster beispiel erkläre was ich ganz am anfang des videos erklärt habe dass wenn karten nichts mehr kosten booster nicht geöffnet werden und leute eben keine einzelkarten kaufen können woher kommen eure einzelkarten aus boostern die irgendein armer schlucker für euch aufgemacht hat deswegen ist dieses ganze kauft einzelkarten keine booster ist richtig wenn ihr ein deck haben wollt wenn ihr aber spaß haben wollt an boostern am öffnen oder sonst was dann kommt irgendjemand und irgendjemand sagt du musst keine booster kaufen du musst einzelkarten kaufen wo ich mir denke so warum warum sind menschen so ich drifte in diesem blackie talk immer wieder ab und und merke schon es ist so ein bisschen halb financing in anführungsstrichen auf der anderen seite so ein bisschen hate über 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 habits die wir halt angefangen haben als magic spieler es ist wirklich wirklich schwierig und es ist auch für für neulinge schwierig das habe ich immer wieder gemerkt wenn ich neuling habe jemand der sagt hey ich habe vor kurzem angefangen mit magic und ich möchte mir gern jetzt was kaufen ich würde mir gern display kaufen und dann irgendwer um die ecke kommt sagt kauf einzelkarten der mensch hat keine ahnung was er will wie soll er denn einzelkarten kaufen hier das ding ist wirklich boah der blackie talk ist nur am rage ich bin fast nur am brüllen das tut mir ein bisschen leid ich hoffe der ist trotzdem okay aber muss auch manchmal sein magic spieler die neu anfangen haben nicht das bedürfnis einzelkarten zu kaufen und die können sich auch keine einzelkarten kaufen weil die nicht wissen was was sie wollen was für magic karten sie brauchen und haben wollen und müssen die wollen von euch gesagt bekommen was ist das geilste booster und die antwort ist dann kaufeinzelkarten was was das ist wie wenn ich hingehe und sage jo ich ich würde mir gern motorrad kaufen und jemand sagt kaufen fahrrad das ist nicht das was ich will oder viel schlimmer ich will ein fahrrad kaufen jemand kommt an sagt kauf motorrad das ist sogar noch viel besser als beispiel weil ich habe als fahrrad fahrer vielleicht keine ahnung wie motorrad funktioniert ich habe vielleicht nicht meinen führerschein warum soll ich mir jetzt motorrad kaufen und genauso ist mit einzelkarten wenn die leute dann länger im spiel sind wenn man die die angefixt hat sage ich mal ganz böse dann kommen die von automatisch darauf dann werden die oft sagen ah die karte ist cool die wollte ich auch schon immer spielen dann sagst du ja okay kauf dir die doch auf dem sekundären markt weil irgendeinen trottel wir die aufgemacht haben und die euch verkaufen oder irgendeinen händler der damit hoffentlich geld macht weil ohne händler hätten wir nicht mehr diese einzelkarten verkäufe ohne die einzelkarten verkäufe wären die karten teurer und wir könnten sie privat mehr verkaufen egal auch spannendes system spannendes system mit händler und einzelkarten sieht man cool in amerika kann ich auch mal irgendwie lecky erklärt zu machen wenn ihr interesse daran habt dann könnt ihr das in kommentare schreiben und genau um 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 zum thema zu kommen gott ich bin heute nur am abschweifen wenn wir karten als investment sehen dann ist magic the gathering das falsche spiel für euch zumindest wenn wir einzelkarten nehmen wenn wir produkte nehmen geschlossene produkte und sagen dass wir zelten das möchte jemand in 20 jahren für die nostalgie vielleicht draften dann ist es was anderes dann go ahead macht mir egal darum geht es mir nicht es geht mir aber um einzelkarten es geht mir darum was ich mir damit mache was für spaß ich damit habe und dann hinzugehen sagen ich kaufe mir die talias als investment weil die werden später richtig teuer erst so ein quatsch erst so ein quatsch niemand wird bei diesen karten sagen boah wisst ihr noch 2023 ich muss sogar nachgucken weil die karten gedruckt 2023 die talias davon sammle ich jetzt alle 500 niemand niemand wird das machen wie auch das ist einfach ein weirdes system deshalb magic ist für mich kein investment ich bin keiner dieser bösen boogie boogie investoren ich bin aber auch keiner der verblendeten reddit user die alle rumschreien und sagen es muss alles gratis alles umsonst sein weil gratis und umsonst ist halt von einer company nicht zu erwarten dass wizard of the coast mit ihrem preismanagement eine der teuersten displays verkauft immer immer teurer wird ganz weirde entscheidungen trifft und so weiter und so fort das kommt alles dazu das ist die die schattenseite das ist das negative wizard of the coast müsste rallen irgendwann mal dass sie die spanne zwischen den collectern gerade in collector boostern und den normalen play boostern immens erhöhen müsste es müssten in den collector boostern wirklich collectibles drin sein weil in den collector boostern sind keine collectibles drin sind voll gekölte karten über die ich mich schon mehrfach aufgeregt habe drin mehr nicht und die play booster da zum playen da packen sie dann irgendwelche seltenen sachen rein die vielleicht mal accuern das system ist schwachsinn und das ist auch so der punkt über den sich die meisten leute aufregen die sagen hey ich will dafür jetzt kein geld ausgeben weil das produkt scheiße ist und das ist richtig aber wie gesagt einzelkarten davon zu kaufen weil das produkt scheiße ist funktioniert nicht weil irgendjemand anders wird für euch dann gelitten haben und am ende des tages leitet dieses komplette spiele darunter aber wenn ich dann sage ich möchte das nicht dann möchte ich das nicht das ist auch vollkommen okay nicht jedem gefällt jedes produkt ich finde zum beispiel immer noch jumpstart dominaria united und diese ganzen kleinen special sets dazu großartig die machen spaß jumpstart ist geil aber das kostet geld das booster kostet mittlerweile glaube ich fünf oder sechs euro davon brauche ich vier um ein spiel zu spielen und nach einem spiel sind die weg kann man auch sagen boah das mit zu teuer das möchte ich nicht ich möchte mir das in dem moment leisten und genauso muss man das ganze auch sehen und herangehen magic the gathering ist nur so teuer wie das was ihr euch leisten können wollt und könnt ja niemand soll den kredit aufnehmen müssen um ein display zu kaufen da geht wizards geradehin wie gesagt das ist eine völlig bescheuerte preispolitik in der wir da rein rennen und das ist aber ein ganz anderes problem das ist gerade das problem von wizards of the coast dass magic immer teurer wird und die produkte immer schlechter werden dadurch kommen halt immer mehr diese diese heroes auf die sagen wir müssen jetzt günstige playkarten haben nee also magic karten dürfen teuer sein magic muss teuer sein und damit fange ich an mich zu wiederholen dementsprechend beende ich den blackie talk hier ihr könnt eure ganzen gefühle und daumen nach unten und wo rufe gerne in die kommentare reinschreiben ich weiß ich trete manchmal mit meinen blackie talks ganz stark in in kleine westen nester und erzähle euch dinge die ihr vielleicht doch gar nicht hören wollt die auch vielleicht nicht eurer meinung entsprechen aber es sind blackie talks in denen ich sachen erzähle die ich so sehe mit meinen mittlerweile 25 jahre magic erfahrung what the fuck 25 jahre magic erfahrung ich habe in sehr sehr vielen anderen tcg's ich habe yugioh gespielt von 99 an ich habe pokémon gespielt von ich weiß es nicht also ne yugioh kam nicht 99 egal ich spiele trading card games all over sehr sehr lange und habe auch sehr sehr viele sagen ich könnte euch jetzt hier auch noch pokémon karten und yugioh karten reinziehen und lokana kann ich liebe trading card games und wizards bzw magics das einzige in der so eine super kontroverse diskussion darüber geführt wird was playkarten kosten und damit wollte ich ein bisschen aufräumen so ein bisschen das eigene denken anregen und bevor ihr jetzt wie gesagt in kommentaren rumhackt oder wenn es schon gemacht habt könnt ihr ihn immer noch editieren oder ich vorher selber belegen hat der mann aus dem internet vielleicht recht und ich sage nicht dass ich hundertprozentig recht habe vielleicht sehe ich auch bestimmte sachen überhaupt nicht habe vielleicht was vergessen zu erzählen dann schreibt auch in die kommentare aber überlegt euch ob ich nicht doch irgendwo auch recht habe und ganz 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 wichtig seid nett zueinander wenn ich in den kommentaren jemanden finde der jemand anderen beleidigt weil er eine andere meinung hat sowohl gegen eine andere meinung als ich oder eine andere meinung als ihr also mich könnt ihr euch beleidigen ist egal aber wenn ihr euch untereinander anwenden zu beleidigen sage ich euch habe ich bei anderen blackie talks schon gemacht die leute sind von meinem channel direkt instant blockiert die habe ich komplett raus geschmissen die gucken nie wieder ein video von mir dementsprechend wenn ihr das gemacht habt und ihr bis bis hierher schaut könnt ihr den kommentar unter dem kommentar von dem typen oder der dame löschen dankeschön zeit lieb zueinander warum sind immer alle böse zunehmen warum muss man immer über dinge reden die eigentlich so selbstverständlich sind und eigentlich gar nicht so schlimm sind ich muss irgendwann mal noch ein blackie talk machen was positives in die idee ich finde aktuell nicht so viel ich hoffe ich hat es gefallen wir sind es beim nächsten mal bis dahin ablexeht ciao